Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Cube World. An der Stelle, in der wir letzte Folge aufgehört haben, ist es ganz schön hart. Grüne Zombies und Magier, die mich instant kaputt machen. Ich hab's mal probiert zwischendurch. Die Zombies kann ich Stück für Stück weg machen, aber die spawnen halt immer wieder aus dem Grab und werden durch diese Magier dann entsprechend wiederbelebt. Oder spawnen halt einfach wieder. Und die Mages sind auch hart. Die haben so eine Feuerattacke, die mich fast one-hitted. Also da bin ich einfach zu schwach, um dieses Gebiet zu schaffen. Ich glaube einfach, dass diese grünen Dinger nichts für mich sind. Deswegen werde ich weiterreisen. Wir hatten ja noch ein... Oh, das war ein bisschen weit raus. Wir hatten ja noch ein Lavasee. Wo war das? Da, hier wollte ich nochmal gucken, was hier so ist. Und ich hatte hier noch einen Stern markiert, ne? Hier oben. Ja, das hat man auch noch nicht geholt. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch machen. Was ist denn in der Nähe? Ich hätt's gesagt, es ist gut wie gesprungen. Wir werden hier hinreisen und dann diesen Teil probieren. Er ist einfach zu schwach. Also alleine ist es wirklich sehr, sehr schwer. Auch wenn die Klasse jetzt der Ranger da eigentlich ganz gut geeignet ist für. Jetzt hab ich den Totenstein da sitzen. Na gut, wenn ich nochmal sterbe, hab ich ihn nicht mehr. Den Grabstein, nicht den Totenstein, ja. Deswegen probieren wir erstmal die kleinen Level. Das ist einfach so ein Hin und Her, bei dem man halt Stück für Stück schauen muss, wie weit man da kommt. Und die grünen Quests sind einfach noch ein bisschen hart. Oh, das ist Gold. Das nehmen wir aber mit. Nein, ich abschütze nicht, ich abschütze nicht. So, dann nutze ich mir den Absprung, die Höhe. Ja, da oben komm ich zum Beispiel nicht hin, weil ich halt diese Flöte noch nicht hab. Meine ich. Oder was, die Harfe? Bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Au. Na oben sind auch Runde. Ah, das ist... Ne, sieht nicht nach einem Spawnpunkt aus. Ach, das ist das. Deswegen hab ich's noch markiert. Das war die Stelle mit dem Vogel. Genau, und da fehlt uns ja diese Flöte dann. Ah, schade. Ne, hier war ich ja schon, da kann man ja nichts machen. Ne, okay. Gut, dann weiß ich auch mal, ob ich's noch markiert hatte. Da wollen wir hin. Das heißt, wir spawnen hier und laufen dann nach unten. Moment, hier hab ich noch einen Stern sitzen, seh ich gerade. So, dann haben wir den auch weg. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin, also spawnen wir hier. Probieren wir's nochmal. Und in diese Richtung. Hatte ich schon scharf probiert? Ich glaub' ja. Ich glaub' ja. Oh, was ist denn da getroppt? Auf jeden Fall noch ein Leftover. Was war das eben? Irgendein lila Fläschchen. Was hab' ich denn da grad gefunden? Hm. Ah, da hab' ich auch die anderen Getränke. Ich hab' das nur falsch umsortiert, deswegen. Was hab' ich denn da eben getroppt? Ah, Raspberry Juice. Hm. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder was, wo wir versuchen können, Tiere zu zähmen. Ich bin dann sehr gespannt. Das ist ja so ein Schäferhund. Ich weiß nicht, was der frisst. Ich würd' sagen Knochen, aber... Da ist der Lavasee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da was drin hatten. Ich könnte mir mit einem Gleiter ja da reingleiten. Vielleicht den nicht mit. Ich glaub', da war irgendwas auf dem See. Was man da holen konnte. Ah, ne Biene. Bumblebee. Warte. Die will doch ein bisschen Honig, oder? Warte, wir probieren's. Hallo, Frau Sumse. Kommen Sie mal her. Na? Ähm, passen Sie auf. Ich hätte hier Dinge. Raspberry? Ah. Carbage? Nee. Wasser? Auch nicht. Backhorn? Okay, dann vergiss es. Den müsste ich doch schaffen hier. Schnell mal was essen. So. Ja, da schwebt was. Da, 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 da. Ich komm mal, dann ist das der Tropfen? Das ist doch der Tropfen, oder? Oh yes. Hör mal auf zu essen. So. Da kommen wir doch bestimmt mit dem Gleiter hin, oder? Warte mal, wir können oben vom Berg vielleicht? Weil sonst... Oder halt hüpfen. Hm. Ich probier das mal über den Berg. So. So. Oh Gott. Der Tasten-Hype. So. Alles klar? Ah. Mist. Jetzt hab ich dann ernst. So. Probieren wir es. Wünscht mir Glück. Moment, haben wir irgendeinen Spawnpunkt in der Nähe? Hm. Egal. Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Okay. Wir haben den Tropfen. Wir haben den Tropfen. Boah. Haben wir einen Tropfen? Wir haben den Tropfen. So. Was macht der jetzt? Der zeigt mir jetzt Dinge an, oder? So. Wie krieg ich jetzt angezeigt, wo Schätze sind? Ich will jetzt Schätze haben. Ich hab jetzt den Tropfen geholt. Yes. Sehr schön. Die müsste ich auch schaffen hier, die Dinger. Ah, die hab ich schon geschafft, oder? Nee, das war das. Hab ich die schon gekillt? Großer Boxer hier. Oh, noch ein Leftover. Also da können wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir vielleicht bessere Ausrüstung in der Stadt kriegen. Dann kriegen wir auch die größeren Quests hin. Was ist denn das? Fruit Basket. Noch was zum Tamen. Geil. Ah, Mage. Ich brauch doch nichts für einen Mage. Gib mir doch mal hier was für einen Ranger. Ich hab dich befreit. Ich hab dich befreit, Junge. Dankeschön. Eine Waffe. Ich hab eine bessere Waffe. Bitte gib mir eine bessere Waffe. Geil. Bitte, 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 bitte. Jawoll, Sinn. Ein grün, äh, Bumerang-Scheiben-Discos-Gedöns. GG. Das ist ja fast verdoppelt. Naja, nicht ganz. Also 10 hatte der alte, oder? Was hatten wir? Minus 7. Ja, doch. HP ist auch gut nach oben gegangen. Wir sind bei 299. Gut, gut, gut. Ja, sehr gerne. Well done. Ich hab das sehr gerne gemacht. Natürlich hab ich das sehr gerne gemacht. Hast du noch was für mich? Irgendwie einen Tipp? Nee. No thank you hat er. Ja, ja, mach's gut. Cool. So, mal schnell was essen. Ja, wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Leben, ne? Mach's gut. Mal gucken, ob wir die schaffen. Ja, wir machen auf jeden Fall gut Schaden. Ja, also die grünen Gegner schaffen wir jetzt. Dann könnten wir auch eventuell die Mages schaffen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal zurück zu gehen. Und wir werden die Leftovers mal entzaubern, nee, entdecken lassen. So, dafür, dass du lässig gekillt hast. Ja, nice. Jetzt haben wir schon grüne Gegner geschafft. Wir steigern uns. Cool. So. Jetzt gehen wir mal in die Stadt zurück, würde ich sagen. Wo ich immer nicht weiß, wo ich hin muss. Das war hier oben irgendwo im Wald dran. Hier ist die Village, genau. Und lassen erstmal die Sachen untersuchen. Und müssen dahin. Ich meine, ich muss irgendwas essen. Ja, das ist das Schöne an dem Spiel. Und das muss ich wirklich sagen, auch wenn das Spiel sehr kontrovers bewertet wird oder an Spaß beurteilt wird. Ich finde das einfach schön, dass man entdeckt, dieses Gebiet entdeckt und dann Stück für Stück besser wird. Natürlich was pro Gebiet, aber auch das finde ich gut. Ich muss wirklich sagen, das macht mir einfach Spaß. Also jetzt egal, ob ich dann im Gebiet dann wieder neu anfangen muss im Endeffekt oder solche Sachen. Aber ich finde es einfach cool, dass man einen Fortschritt verspürt und dann sich belohnt fühlt. Und dann macht das Spiel halt auch Laune. Da ist eine Scheibe auf dem Rücken hier. Das ist wie Captain America hier mit seinem Schild am Rücken. So, wo muss man hin? Entdecken ist direkt hier vorne. Da müssen wir rein. Wo ist der Eingang? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Es ist halt krass, dass ein Bogen, der so ein bisschen mehr Schaden macht, extrem stärker geworden ist. Aber mal gucken, was wir kriegen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn Neues bekommen? Ein Ring. Mit plus sieben an Haste, aber Crit ist weniger. Moment, mit welchem vergleicht er das denn? Achso, drunter ist der andere. Nee. Mit welchem vergleicht er das denn? Hasmi Hills 0,613. Mit dem. Und was kann der? 0,3, 0,7, 0,4. Ja, dann ist der auf jeden Fall besser, ne? Ach, Quatsch. Jetzt. Genau, dann können wir den verkaufen. Was haben wir noch bekommen? Ah, natürlich wieder alles nicht für mich. Okay, Bogen, Bogen, Dings. Passt. So, Cotton Boots, Battle Tested Wood Stuff, Lawless Silver Ring. Okay, der Ring war auf jeden Fall schon mal besser. Gut, dann gehen wir dann jetzt den Kram verkaufen. Wo können wir es denn verkaufen? Können wir bei dir was verkaufen? Äh, dann kann ich mal von dir ohne Waffel kaufe ich. Das ist für die Tiere, für das Zähmengut. Ähm, wir kaufen ein paar Flas erst mal. Und dann verkaufen wir den ganzen roten Kram. Sehr schön. Boah, haben wir ein paar Flas, um, äh, um uns noch ein bisschen zu pimpen. Wunderbar. So, dann, äh, würde ich sagen, können wir auch durchaus mal ein grüne Quest versuchen. Ähm, da ist der Lava Lake. War das da? Das war da, ne? Oder die Ruinen. Da sind halt nur Mages. Hm. Wir probieren erst mal die hier. Okay, ich hätte den Bumerang noch verkaufen können. Den Bilobumerang. Aber, naja, wir haben ja Platz im Inventar. So, wo sind sie denn? Da drüben sind sie. Mal gucken, ob wir das schaffen. Aber da ist so ein großer Boss. Und der ist gelb. Oh, ich muss was trinken. Oder ich muss sterben. Schnell dahin. Der, das Markthänder hilft mir. Oh, der ist tot. Schissel, der ist tot. Aber hat er dem jetzt was runtergezogen? So gut wie gar nichts. Oh, Bäumchen. Oh. Nein, falsch. Bewegen. Beweg dich. Ah. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss Abstand gewinnen. Ah, andersrum. Oh. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt killt er mich. Ah, jetzt. Oh, fuck, fuck, fuck. Boah. Junge, also diese Feuer... Boah. 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 Diese Feuerangriffe, die sind ja echt, das meinte ich. Die hatte ich auch schon bei den anderen. Nee, da. Okay. Oh Gott. Also ich glaube, dass ich eher die da hinten schaffe, an dem Lavasee, die ich zuerst probiert hatte, als dass ich hier den Boss dann schaffe. Oh, den habe ich schon. Jetzt ist nur noch der Boss da, wa? Den schaffe ich nicht. Obwohl. Ist der jetzt Gold, oder? Der hat 2600. Okay, ich probiere es. Lass sie angreifen. Scheiße, ich hätte den Sand unter ihn setzen sollen. Oh, krank, 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 krank. Bewegen, bewegen. Oh, niemals. Boah. Das ist ja... Der Typ ist ja super hart. Es ist halt... Der Bumerang ist halt mehr für Gruppen gedacht und der macht halt meines Erachtens nicht gezielt genügend Schaden, aber er macht natürlich mehr Schaden als mein einfachster Bogen. Also... Ey, ich glaube nicht, dass ich... Das werde ich wahrscheinlich mit x-fach sterben schaffen. Warte mal, ich probiere mal was. Ich renne jetzt mal rein. Obwohl, das geht. Das geht, das geht, das geht. Das schaffen wir. Man muss nur kontinuierlich Schaden machen oder halt betäuben, aber das will er halt irgendwie nicht. Der blöd Arsch. Was? Wo? Ach, da ist er ja. Oh! Oh Gott! Wo ist er? Da. Schauen wir jetzt, schauen wir jetzt, schauen wir jetzt, schauen wir jetzt. Bleib stehen. Okay, wir kriegen aber, wir kriegen aber, wenn es das Letzte ist, was ich tue in dieser Folge. Oh, der darf nur nicht retten. Ich hoffe, das macht er auch nicht. Wo ist er hin? Da. Oh, der ist gleich kaputt. Der ist gleich kaputt. Der ist gleich am Arsch. Gleich haben wir es geschafft. Der Händler ist auch wieder da. Ah, dieser ist Markt-Typus da. Jump. Jump. Wo ist er hin? Schon kaputt? Ne. Geil. Oh, was habe ich denn? Jetzt esse ich. Ich habe den falschen... Ich habe den falschen Drang drauf. Warte mal kurz. Nein, ich habe keinen Drang mehr. Frog. Okay, Moment. Moment. Ich hoffe, das langt von der Zeit. Ich habe den auch schon fast down, oder? Na ja, der heilt sich halt wieder hoch, ne? Okay. Und jetzt wird's beendet. Oh, was soll ich? Oh, ich bin schon wieder geplatzt. Was kann denn jetzt sein? Oh Mann, ich war so nah knapp davor. Ich hoffe, der trinkt jetzt nicht wieder. Boah, ist ein fieser Kampf. Okay, da war ein Gegner. Schade, dass der Stun nicht durchgegangen ist oben. Das war eben das Problem. Oh ja, der hat noch nicht resettet. Okay. Nein, 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 nein. Oh, schnell hin. Schnell hin. Gott, habe ich schwitze Hände. Was habe ich schwitze Hände? Leck mich on the face. Bitte nicht reviven. Bitte nicht reviven. Oh, es war so knapp. Bitte nicht reviven. Na, er hat noch. Okay, 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 okay. Jawohl! Endlich! Was ein fieser Mob, ey. Oh, ich habe es geschafft. Oh, GG. Was haben wir gekriegt? Ich glaube, ein Zauberstab leider. Oder? Oh, wir haben aber gute Schuhe bekommen. Nice. Den Ring können wir verkaufen. Ja, leider ein Stab, den wir nicht um den gebrauchen können. Aber wir haben es geschafft. Yippie! Yippie! Geil! Oh, was ein Kampf. Was voll die Hände am schwitzen. Cool. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. Echt aufregender Bosskampf. Wir haben ein, äh, was? Ein Delicate Key haben wir bekommen. Was ist denn Delicate Key? Wo haben wir den denn? Haben wir hier irgendwas bekommen? Da! Delicate Key von Asmi Hills. Einen Schlüssel. Oh. Oh. Und die Schuhe geben uns ordentlich Rüstung noch und Leben dazu. Geil. Super. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Yay!